Ja, wir sind im zweiten Buch Mose, die Geschichte von der Berufung des großen Propheten Mose, des Retters Israels und das ist auf der einen Seite wahr, er ist der Retter Israels, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht, denn Gott ist es, der Israel aus Ägypten rettet und Mose ist sein Werkzeug. So sagt Gott zu uns als seinen Kindern, stellt euch nun Gott zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Du bist ein Werkzeug. Es ist nicht so, dass du dich davon freimachen kannst, ein Werkzeug zu sein. Wenn du Gott nicht zur Verfügung stehst als Werkzeug der Gerechtigkeit, dann stehst du einem anderen zur Verfügung, als Werkzeug der Ungerechtigkeit. Gott möchte hier sein Werkzeug in die Hand nehmen, aber er tut es nicht einfach so. Gott ist ein liebender Vater, ein Freund. So hat Mose ihn auch später erfahren. Er hat sich immer wieder mit ihm getroffen im Zelt, in der Hütte der Begegnung. Eins zu eins. Er ist in sein stilles Kämmerlein gegangen und hat die Tür hinter sich zugemacht und hat gebetet, wie Jesus das sagt, zu seinem Vater, der im Verborgenen ist. Er hat mit Gott vertrauten Umgang gepflegt, in der Stiftshütte, in dem Zelt der Begegnung. Das ist etwas, was wir im Moment auch praktizieren können und sollen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, ganz persönlich, ganz privat. Und das können wir oft gar nicht in der großen Menschenmenge. Dafür müssen wir in die Einsamkeit gehen. Wo war es, dass Gott Mose auf diese Weise begegnet ist? Wo war es, dass er Mose sich zum Werkzeug nehmen konnte? In der Wüste, ganz alleine. Nur seine Schafe waren da. Ansonsten war er alleine. Auf weiter, weiter Flur. Nichts, niemand da. Ganz alleine. Das war der Ort, wo Gott ihm begegnet ist und zu ihm gesprochen hat. Das war der Ort, wo er zu Mose gesagt hat, du bist mein außerwähltes Werkzeug. Dich will ich gebrauchen, um dieses große Wunder zu tun. Diese große Rettungstat. Ich will mein Volk aus der Knechtschaft herausbringen und in ein Land bringen, wo Milch und Honig fließt. In das Land, was ich ihnen versprochen habe. Diese große Rettungstat, die über dem ganzen Alten Testament, ja auch über dem Neuen Testament steht. Die bis heute hin von Juden gefeiert wird zum Passafest. Und darüber hinaus, zu allen Festen, wird immer wieder erinnert an das, was Mose getan hat. Was Gott durch Mose getan hat. Aber wie gesagt, es geht Gott nicht darum, einfach uns zu nehmen. Er könnte es tun. Und manchmal tut er es auch. Dass er einfach Menschen gebraucht als Werkzeuge, ohne sie zu fragen. Aber im Normalfall, im Allgemeinen ist es so, dass Gott uns fragt. Dass er zu uns spricht. Dass er unser Einverständnis möchte. Er zwingt uns nicht. Sondern er bittet. Er fragt. Er ruft. Und wartet auf Antwort. Was für eine Antwort wollen wir ihm geben? Wollen wir sagen, Gott, es ist mir egal, was du willst. Ich mache mein Ding. Oder stellen wir uns Gott zur Verfügung und sagen, Gott, ja, hier bin ich. Gebrauche mich. Wir haben gesehen, dass Mose im ersten Moment sehr gezögert hat. Weil er so demütig geworden war in all den Jahren, dass er nicht mehr selbstverständlich gesagt hat, ja klar, ich, ich bin ja der Beste. Ich bin ja der richtige Mann dafür. Ich habe ja die entsprechenden Ausbildungen. Ich kann das. Jawohl, Gott, du hast den Richtigen gewählt. Gut, dass du mich hast. Nein, diese Haltung hatte Mose überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo dein Herz ist. Ob du jemand bist, der in der Gefahr steht, zu sagen, hey Gott, ich wüsste jemanden, den du gut gebrauchen könntest. Ich habe da so einige Skills drauf. Ich habe da so einige Fähigkeiten. Hier, willst du nicht mich verwenden? Wenn wir so drauf sind, dann wird Gott, weil er uns liebt, uns eine Zeit geben in der Wüste, wo wir erstmal Schafe hüten müssen, um auf den Teppich zu kommen. 40 Jahre vielleicht sogar, um uns dann als alten Mann oder alte Frau zu rufen und zu sagen, jetzt, wo du alt und schwach bist, wo du demütig bist und nichts mehr hinkriegst, jetzt will ich mit dir große Taten tun. Und du sagst, nee, danke, jetzt nicht mehr. Wofür zu jahren? Da hätte ich ja gesagt, aber jetzt? So reagiert Mose. Er sagt, wer bin ich? Und Gott sagt, es kommt nicht auf dich an, es kommt auf mich an. Ich werde mit dir sein. Sein erster Einwand. Sein zweiter Einwand ist, es gibt so viele Götter mit so vielen Namen in Ägypten. Das Volk Israel, sie haben so viele Götter schon kennengelernt. Und wenn ich jetzt von dem Gott spreche, der mir begegnet ist, welchen Namen hast du denn? Welchen Namen soll ich ihm sagen? Und wir haben gesehen, welche Tiefe darin steckt, wie Gott sich hier offenbart, in seinem Namen, sein Wesen, seinen Charakter offenbart, dem Volk Israel. Und diese wunderbaren Worte sagt, ich bin, der ich bin. Der Lebende und der Lebengebende. Der lebendige Gott. Ja, und dann erklärt ihm weiter den ganzen Plan, was er alles vorhat und zeigt ihm, sagt ihm alles, was kommen wird. Ja, er sagt ihm voraus, dass es ein schwieriger Auftrag sein wird. Er sagt ihm all die Schwierigkeiten voraus, damit Mose, wenn sie kommen, nicht gleich hinschmeißt. Er sagt ihm, der Pharao wird nicht auf dich hören. Er wird sein Herz hart machen. Er wird nicht bereit sein, euch ziehen zu lassen. Denn durch eine starke Hand muss er gezwungen werden. Und noch vieles andere sagt Gott Mose voraus. Und eine Sache sagt er ihm auch voraus. Er sagt ihm nämlich, wenn du zu den Israeliten kommst, dann werden sie dir glauben. Aber Mose glaubt das nicht, dass sie ihm glauben werden. Deswegen sagt er in Kapitel 4, Vers 1, da antwortete Mose und sagte, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Gott hat es Mose gesagt. In Vers 18, da steht, und sie werden auf deine Stimme hören. Kapitel 3, Vers 18. Und sie werden auf deine Stimme hören. Kapitel 3, Vers 18. Jetzt könnte Mose sagen, okay, gut, du hast gesagt, sie werden auf meine Stimme hören. Dann gehe ich mal los und mache das mal. Aber der Zweifel gewinnt die Oberhand. Der Zweifel äußert und er spricht seinen Zweifel aus. Was macht Gott? Du Zweifler, ich zerquetsche dich, warum glaubst du nicht? Ich suche mir jemand anders. Nein. Gott ist so gnädig und barmherzig. Er geht auch auf diesen Einwand ein, obwohl es ganz eindeutig ein Einwand des Zweifels ist. Ein Einwand des Unglaubens. Ein Einwand, wo Mose Gott nicht vertraut. Gott hat es ihm zugesagt, er vertraut nicht drauf. Aber Gott ist nachsichtig, er ist gütig, er ist geduldig, langsam zum Zorn. Das ist sein Wesen. Wird nicht zornig, wird nicht ungeduldig, sondern er geht darauf ein. Er gibt nach. Er gibt Mose etwas an die Hand, damit er Sicherheit gewinnt, weil er so zweifelt, weil er so ängstlich ist. Was sagt Gott zu ihm hier? Da steht in Vers 2, da sprach der Herr zu ihm, was ist das da in deiner Hand? Lustig. Es geht eigentlich darum, dass Gott, und das steht dann hier in Vers, ich springe mal in Vers 8, es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, dann werden sie doch wegen der Stimme des zweiten Zeichens glauben. Und es wird geschehen, wenn sie selbst diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, und dann, Gott gibt Mose drei Zeichen. Drei Zeichen, durch die er zeigen soll, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Drei Beweise, wenn man so will. Gott hat mich berufen. Ich zeige dir die Zeichen, damit du das annimmst, dass ich tatsächlich von Gott berufen bin. Drei Zeichen gibt er ihm. Das Wort Zeichen ist ein ganz interessantes Wort, das kommt sehr häufig vor in der Bibel, im Alten Testament hier. Und es wird gebraucht im Sinne, nicht so sehr, wenn dieses Wort benutzt wird, geht es nicht so sehr um das Übernatürliche, sondern es geht um das, dass es etwas anzeigt. So werden die Sonne, der Mond und die Sterne als Zeichen für die Zeiten bezeichnet. Der Regenbogen wird als Zeichen bezeichnet. Ich stelle meinen Bogen in die Wolken, damit ich und die Welt sich daran erinnert, dass es einen Bund gibt zwischen mir und der Welt. Die Beschneidung, dass Abraham seine Söhne beschnitten hat und seine Knechte, das war ein Zeichen des Bundes, den Gott mit Abraham geschlossen hat und seinen Nachkommen. Also betont wird der Zeichencharakter, nicht so sehr das Übernatürliche, wenn von den Zeichen die Rede ist. Das ist ganz wichtig, weil heute hören wir von bestimmter Seite, hören wir von Zeichen und Wundern. Wir lesen auch davon. Wir lesen auch von den übernatürlichen Zeichen. Auch wenn wir jetzt gleich hineinlesen, werden wir übernatürliche Zeichen sehen. Aber Gott ist nicht einfach nur der Gott des Übernatürlichen, sondern er ist der Gott des Natürlichen und Übernatürlichen. Er hat ja das Natürliche geschaffen. All die Gesetze, die funktionieren in dieser Welt, sind da, weil Gott sie geschaffen hat, weil Gott sie, wollen wir mal so sagen, am Leben erhält. Weil er alles in seiner Hand hält und so geschehen lässt. Seine Kraft erhält alles. Seine Kraft hält die Gravitationskraft am Laufen sozusagen. Wenn er es will und seine Hand zurückzieht, dann wird die Gravitationskraft nicht mehr funktionieren. Und wir fliegen alle weg. Er ist derjenige, der diese Kräfte, diese Naturkräfte, diese Naturgesetze, je nachdem wie du das dir vorstellst, erschaffen hat. Oder derjenige ist, der im Endeffekt dahinter steht, hinter diesen Kräften, hinter diesen Gesetzen, hinter diesen Wirkungen, die immer und immer wieder gleich sind. Warum sind sie immer und immer wieder gleich? Weil Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Weil er der treue Gott ist. Weil er der zuverlässige Gott ist. Und weil es wichtig ist, dass wir als lebendige Wesen einen zuverlässigen Gott haben und in einer zuverlässigen Welt leben. Wo wir leben können. Wenn alles passieren kann, ständig, dann kannst du dich nicht darauf einstellen und du kannst kein ordentliches Leben führen. Gott hat alles so eingerichtet und ist am Wirken. Im Natürlichen, aber auch in dem, wo er über das hinausgeht. Wo plötzlich all das, was wir mit unseren Sinnen, mit unserem Vernunft verstehen können, und wir sind ja ganz kluge Wesen, wir verstehen ja so viel von Gottes Naturgesetzlichkeiten. Wir meinen, wir werden das alles erforschen. Wir werden das alles durchschauen. Und wenn wir eine Sache erforscht haben, dann stellen wir fest, wir sind in einen Raum reingekommen. Wir haben diesen Raum erforscht. Und dann stellen wir fest, da sind drei Türen. Und wir öffnen die Türen und sehen, hinter diesen Türen sind riesige Räume mit nochmal zehn, zwanzig Türen. Und jedes Rätsel, was du löst, eröffnet dir hunderte, tausende, abertausende neue Rätsel. Und du kommst und kommst nicht zum Ende, um die Welt zu erforschen in ihrer Natürlichkeit, in ihrer Naturgesetzlichkeit, in der Treue, wie Gott sie eingerichtet hat, wie er sie am Leben erhält. Noch krasser wird es natürlich an dem Punkt, wenn Gott sich erweist, als der, der über diesen Gesetzen steht. Der größer ist als diese Gesetze. Der nicht gebunden ist an diese Gesetze. Der sich selbst oft bindet an diese Gesetze. Der ja selbst sogar Mensch geworden ist und hineingekommen ist in diese ganzen Naturgesetzlichkeiten. Geboren von einer Frau. Er ist nicht einfach wie so ein Lichtwesen aus dem Himmel herabgestiegen und hat gesagt, hier Leute, hier bin ich. Ich bin der Sohn. Nein, er ist geboren von einer Frau. So wie du und ich ein ganz kleines Würmlein im Bauch seiner Mutter gewesen. Gewachsen, ganz natürlich. Entsprechend der ganz natürlichen Gesetze, die wir feststellen können, wenn wir die Welt beobachten. Und doch zeigt Gott sich als der, der größer ist als diese Gesetze. Und so tut er Zeichen und Wunder, hat er Zeichen und Wunder getan, die zeigen, dass er noch größer ist. Er ist nicht, wisst ihr, manchmal ist es so, wir verwechseln das dann, weil wir denken, ja das Natürliche, das ist das Normale, das Übernatürliche, das Außergewöhnliche, das was wir nicht erklären können, ja das ist das Göttliche, das ist das was wirklich göttlich ist. Nein! Gott ist in allem drin, er ist der Lebende, das haben wir uns letztes Mal. In ihm leben und leben wir, in ihm sind wir. Ohne ihn gibt es kein Leben. Also, das sind diese Zeichen, die Gott jetzt Mose gibt, die er ausüben soll, wenn das Volk nicht glaubt. Jetzt gehen wir hier mal rein in das erste Zeichen. Und da sagt der Herr zu ihm, was ist das da in deiner Hand? Er sagt, ein Stab. Ist es nicht wunderbar? Dieser Stab, er wird in, an späterer Stelle, wird dieser Stab, der Stab Gottes genannt, in Vers 20. Der Stab Gottes. Aber es war kein Stab, der aus dem Himmel herabkam. Es war kein Zauberstab, ein magischer Stab, der irgendwelche Kräfte in sich hatte. Nein, es war dieser Stab, den er irgendwo, ein Ast, den er sich vielleicht ein bisschen zurechtgeschnitzt hat, den er über Jahre, Jahrzehnte in der Hand hatte, mit dem er seine Schafherde gehütet hat. Das war sein Herrscherstab, sein Zepter über seine Herde. Mit ihr hat er sich gegen die Angriffe von Wölfen gewährt und hat seine Schafe verteidigt. Es war der ganz natürliche Stab, die ganz natürliche Waffe, das Signum sozusagen, das Zeichen der Hirtenwürde, wenn du so sagen willst, Mose. Und Gott sagt, nimm hier, guck mal, was hast du da in deiner Hand? Ja, das ist der Stab, das ist ein Stab. Er war in dem Sinne nichts Besonderes. Er war natürlich für den Hirten Mose und für seine Schafe unheimlich wichtig. Es war ein ganz wichtiges Ausrüstungsgegenstand. Aber er war in dem Sinne nichts Besonderes. Jeder Hirte hatte so seinen Stab. Aber Gott sagt jetzt, nimm diesen Stab. und er sprach, wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde und er wurde zu einer Schlange. Völlig unerklärlich. Völlig unfassbar. Eine Zaubergeschichte. Ein Märchen. Das kann doch nicht wahr sein. Du kannst doch nicht diese Schlange, diesen Stab hinschmeißen und er wird zur Schlange. Das ist völliger Quatsch. Gott sagt, das ist ein Zeichen für die, die, die deiner Stimme nicht glauben. sie werden das sehen und werden erkennen, dass du von mir gesandt bist. Das Zeichen ist damit aber noch nicht zu Ende. Die Schlange, die, ähm, ist wirklich so real. Sie ist echt. Sie ist wirklich, dass Mose vor ihr wegläuft. Da warf er ihn auf die Erde und wurde zu einer Schlange und Mose floh vor ihr. Er lief weg. Sie war so furchterregend, diese Schlange. Der Herr aber sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde in seiner Hand zum Stab. Das ist das, was hier steht. Jetzt versuchen natürlich seit 200, 300 Jahren, 400 Jahren Leute irgendwie da rum zu argumentieren und sagen, naja, das können wir mit unserem, wie gesagt, mit unserem naturwissenschaftlichen Verständnis überhaupt nicht verstehen. Da muss doch irgendwas, ja, vielleicht war das ja so eine komische Schlange, die in so einer Stache war. Ne? Nein, es war sein Stab, den er hatte. Es war sein Stab, den er in der Hand hatte. Er hatte nicht plötzlich irgend so eine komische, kalte, besondere Schlange, irgendeine Schlangenart, die irgendwie so in Gefahr, so stocksteif wird und dann hat er sie auf die Erde geschmissen und dann war sie plötzlich wieder die Schlange, die sie war und als er sie gegriffen hat, dann war sie wieder in dieser Stache. Vielleicht können wir in der Tierwelt irgend so ein Tier finden, das vielleicht solche Eigenschaften hat. Aber was sagt Gott? Er sagt, das ist der Stab. Er sagt nicht, das ist eine lustige Schlange, die in deiner Hand zum Stab geworden ist. Oder er hat den Stab auf die Erde geschmissen und daneben war direkt eine Schlange und irgendwie hat er plötzlich nur noch die Schlange gesehen und dann hat er, als er die Schlange greifen sollte, ganz automatisch seinen Stab gegriffen und die Schlange war dann plötzlich weg. Also so versuchen wir uns das zu erklären und sagen, ja mit dieser Erklärung dann glaube ich das und damit offenbaren wir unseren Unglauben. Denn Gott sagt, wenn sie das Zeichen nicht glauben, dann musst du noch ein Zeichen machen. Wir zeigen unseren Unglauben, dass wir das nicht annehmen, dieses Zeichen. Gott, wenn Gott der Gott ist, der alles geschaffen hat, wenn er wirklich dieser Gott ist, der sich das alles ausgedacht hat und es ist ja so Wahnsinn, wenn du dich mit der DNA befasst, die komplizierten Informationen, die auf diesem, die da in den kleinsten Teilchen gespeichert sind und dann diesen Bauplan, der dann von selbst quasi von selbst sich entfaltet und dann diese Zellteilung und all das und dann wird daraus so ein kompliziertes Wesen wie der Mensch zum Beispiel oder aber wenn du dir das so im Kleinen ansiehst, dann siehst du das ja gar nicht, ob das ein Mensch wird, vielleicht wird es ja auch ein ganz anderes Wesen, wenn du die DNA entschlüsseln könntest, dann kannst du das vielleicht vorher wissen, aber du siehst es erst mal nicht an, welches Wesen das jetzt wird, wenn du das kleine Teilchen vor dir hättest, wenn du es denn sehen könntest mit deinen Augen. Dieser Gott, der ist so genial und er ist so mächtig, was sollte ihm unmöglich sein? Es ist eben nicht unlogisch an die Wunderkraft unseres Gottes zu glauben. Wenn wir glauben, dass Gott der Schöpfer der ganzen Welt ist, was soll ihm dann unmöglich sein? Warum sollte es ihm unmöglich sein, Dinge zu tun, die wir nicht für möglich halten, weil sie gegen unsere Erfahrung sprechen? Nur weil wir uns das nicht vorstellen konnten, dass so ein Virus über die ganze Welt geht und alle Regierungen plötzlich jetzt solche Maßnahmen ergreifen, ist es trotzdem passiert, oder? Das hätte man sich nicht vorstellen können. Niemand hätte sich vorstellen können, über 1800 Jahre hätte sich niemand vorstellen können, dass die Juden in Israel einen eigenen Staat gründen würden. hätte sich niemand vorstellen können. Gott hat es schon lange vorher gesagt. Hat sich aber nie jemand vorstellen können. Es ist passiert. So viele Dinge, die passieren, Zeichen, die passieren, die Gott uns vorausgesagt hat und die wir zur Seite legen oder nicht ernst nehmen und wir zeigen damit unseren Unglauben, unserem Misstrauen Gott gegenüber, aber Gott ist nichts unmöglich. Gott ist nichts unmöglich. Jetzt zu diesem Zeichen, ich finde diese Zeichen unheimlich spannend, wenn man sich damit mal befasst. Dieser Stab, wie gesagt, der Stab ist der Herrscherstab und er spricht, ich finde diese Zeichen sprechen, sie sagen etwas aus und klar begebe ich mich hier jetzt so ein bisschen in die Interpretation, ich hoffe, dass ich diese Interpretation im Geist Gottes ist, dass sie entsprechend dem Ratschluss Gottes ist. Ich glaube das, deswegen spreche ich jetzt auch davon. Es ist interessant, dieser Stab, das Wort Stab, es wird tatsächlich auch für den Herrscherstab benutzt und es ist so Abraham, Isak und Jakob, sie waren mächtige Männer. Josef war noch mächtiger, er war, hatte die Herrschaft in Ägypten mehr oder weniger inne und das Ganze, die Herrschaft, das wo Ägypten zum Segen wurde für Israel er musste es aus der Hand legen, Israel musste die Herrschaft aus der Hand legen, sie wurden Knechte, sie wurden geknechtet und ja, die Herrschaft, dieses Zeichen der Herrschaft, es wurde zur Bedrohung, die Schlange, sie wird zur Gefahr, Ägypten wird zur Gefahr, die Herrschaft, die zum Segen da war, sie war in Moses Hand, in Jakobs Hand, Josef hatte die Herrschaft in Ägypten in der Hand zum Segen für die Schafe und dann aus der Hand gelegt, wird es zur Schlange, zur Bedrohung, vor der Mose flieht, aber jetzt greift er wieder dazu und gewinnt wieder die Herrschaft und die Schlange sie verliert ihre Bedrohung, sie ist wieder der Stab. Wenn man es menschheitsgeschichtlich ansieht, dann ist es mit der Herrschaft grundsätzlich, wisst ihr, wir Menschen sind berufen zu regieren, Hirten zu sein von Gott. Er hat uns geschaffen als ein Ebenbild, damit wir in dieser Welt regieren und wir haben diese Herrschaft aber verloren an die Schlange. Er ist jetzt der Fürst dieser Welt. Er ist der König, der Gott dieser Welt. Er hat alles im Griff und er ist es, der uns ängstigt und auch Herrschaft ist etwas, was beängstigend ist. Macht ist etwas, was sich immer wendet gegen uns Menschen. Aber es kommt der Tag, wo dem Menschen wieder die Herrschaft gegeben wird, in dem Menschen Sohn und seinem Leib, seiner Gemeinde. Dann wird der Herrscherstab wieder in der Hand sein. Dann wird alles wiederhergestellt werden. Wunderbare Zeichen, wie ich finde. Hier das nächste Zeichen. Damit sie glauben, dass dir der Herr erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm, stecke doch deine Hand in deinen Gewand Bausch. Da steckte er seine Hand in seinen Gewand Bausch und als er sie herauszog, siehe, da war seine Hand weiß von Aussatz wie Schnee. Und er sprach, tue deine Hand wieder in deinen Gewand Bausch. Da tat er seine Hand wieder in seinen Gewand Bausch und als er sie aus seinem Gewand Bausch herauszog, da war sie wieder wie sein übriges Fleisch. Es ist ein ähnliches Zeichen wie das erste Zeichen. Es geht hier um gesund, krank, gesund. Es geht darum, dass etwas heil war, dann krank wurde, zerstört wurde und dann wieder heil wurde. Es ist der Weg Israels. Er wählt zum Volk Gottes, groß gemacht, in Knechtschaft geraten, in Sklaverei, in Unterdrückung und wieder herausgerettet, herausgeführt, befreit in die Freiheit des Volkes Gottes. Aber so geht es auch uns. Geschaffen als Ebenbild Gottes, aber unter die Sünde versklavt, verunreinigt, verunreinigt, aussätzig, dann aber durch die Hand unseres Retters berührt, wieder geheilt, wieder befreit, wieder hergestellt. Das zweite wunderbare Zeichen. Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, dann werden sie doch wegen der Stimme des zweiten Zeichens glauben. Und es wird geschehen, wenn sie selbst diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, dann nimm vom Wasser des Nil und gieße es auf das trockene Land. Dann wird das Wasser, was du aus dem Nil nehmen wirst, auf dem trockene Land zu Blut werden. Dieses dritte Zeichen ist jetzt ein anderes Zeichen. Die ersten zwei haben eine gewisse Ähnlichkeit miteinander von der Aussage her. Das dritte Zeichen ist das Zeichen, dass das Wasser des Nils, der Fluss, wo die Kinder der Israeliten hineingeschmissen wurden, die Jungs, die Babys, da, wo sie dem Tod überliefert wurden, wo sozusagen ihr Blut vergossen wurde. Dieses Wasser wird genommen und auf die Erde ausgegossen als Zeichen, dass Gott das vergossene Blut rächen wird. Er ist Richter über diese Dinge. So wie bei keinem Gott sagt, das Blut deines Bruders, es schreit zum Himmel. Du hast es vergossen und es ruft. So ist auch hier das Blut der Kinder, deren Leben vergossen wurde, deren Blut vergossen wurde. Es wird zum Zeichen und hier erstmal für Israel. Aber wir werden sehen, diese Zeichen wird das Volk Israel gar nicht fordern. Mose wird diese Zeichen gar nicht dem Volk Israel vorführen. Warum nicht? Weil das eintritt, was Gott vorausgesagt hat. Sie werden dir glauben. Gott gibt diese Zeichen gar nicht, weil er damit rechnen muss, dass die Israeliten nicht glauben werden. Er gibt sie für Mose. Er gibt sie ihm als Zeichen, als Ermutigung, als Versicherung, als etwas, worin er Sicherheit finden kann. Gott sorgt dafür, obwohl er das gar nicht müsste. Er müsste gar nicht dafür sorgen, aber um unserer schwachen Seele gibt er uns Zeichen. Er gibt uns Zeichen, damit wir uns festhalten können daran. Aber in Wirklichkeit bräuchten wir das gar nicht. Wir haben den unsichtbaren, den lebendigen Gott, den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir haben sein Wort. Was brauchen wir denn noch mehr? Ja, unsere unsichere, wankende Seele, sie begehrt ein Zeichen. Und Gott ist oft so gnädig, wisst ihr, dass er uns tatsächlich ein Zeichen gibt. Dass er uns ermutigt durch ein Zeichen, obwohl es gar nicht notwendig ist. Und trotzdem wird Mose diese Zeichen tatsächlich tun, vor dem Pharao. Und deswegen haben sie eine Botschaft über das Volk Israel hinaus, sie haben auch eine Botschaft an den König von Ägypten. Genau das, wovon ich gerade gesprochen habe. Die Macht des Pharao, die Macht, die dahinter steht, hinter der Macht des Pharaos, dem Zerstörer, der das Volk Gottes zerstören will, der es vernichten will. Die Macht der alten Schlange des Satans, sie wird gebrochen, sie wird beim Schwanz gepackt und muss erstarren. Und auch das Blut, was vergossen wurde, es wird auf die Erde gegossen und es wird zu Blut, das Wasser, zum deutlichen Zeichen. Gott wird das Blut, was vergossen wurde, richten. Wir lesen weiter ab Vers 10. Mose aber antwortete dem Herrn, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest, denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Manchmal gibt es Menschen, die sehr redegewandt sind und viel erzählen können, die einen richtig einlullen können mit all dem, was sie erzählen. Aber es gibt auch genügend Menschen, die so ihre Schwierigkeiten haben mit dem Reden. Die kriegen keinen ordentlichen Satz raus. Sie möchten so gerne von dem erzählen, was sie alles so kluges oder wunderbares oder herrliches denken, aber sie kriegen es mit ihrer Zunge nicht raus. Für alle die, die das betrifft, ihr seid in guter Gesellschaft. Mose war auch so. Und Mose war wie gesagt gebrochen, ein demütiger Mann. Er war nicht stolz auf seine, er hätte ja auch stolz auf seine hohe Bildung sein können. Er war ausgebildet in der ganzen Weisheit Ägyptens, wie Stephanus sagt in Apostelgeschichte 7. Aber als Hirte hat er das Reden verlernt. Und ich weiß es nicht, ob es vielleicht auch nur Ausrede ist, wir werden sehen, er wird noch einen weiteren Einwand bringen. Manchmal ist es ja auch so, dass unsere menschlichen Schwächen, dass sie willkommene Ausreden sind. Dass wir sagen, das kann ich nicht. Du siehst doch, ich stottere. Du siehst doch, ich kann gar keinen ordentlichen Gedanken vorbringen. Wie soll ich dann ein Mann des mächtigen Wortes sein? Aber Gott antwortet ihm und sagt, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Mose, denk mal nach. Denk mal nochmal darüber nach, mit wem du es zu tun hast. Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Gott kann Menschen die Sprache wegnehmen? Wir kennen diese wunderbare Geschichte von Zacharias, der stumm wurde im Lukas Evangelium Kapitel 1. Er verstummte. Menschen verstummen von einem Tag auf dem anderen. Plötzlich können sie nichts mehr sagen. Gott sagt, ich kann einem Menschen die Stimme wegnehmen, von einem Tag auf den anderen, von einem Moment auf den anderen. Und ich kann sie ihm wiedergeben, wie er es auch bei Zacharias gemacht hat. Plötzlich in einem Moment, von einem Moment auf den anderen fing er an, den Herrn zu loben und zu preisen, mit seiner Stimme. Bin es nicht ich, der Herr. Und nun geh hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Du musst dir nicht selber was ausdenken, Mose. Ich gebe dir die Worte, die du reden sollst. Mach dir keine Sorgen. Und Geschwister, das gilt für uns alle. Jesus hat das zwar auf eine sehr spezielle Situation zu hingesprochen. Er hat gesagt, wenn sie euch vor die Gerichte führen, euch anklagen, um eures Glaubens willen, ihr vor Gericht steht, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird durch euch reden. Und ich sage euch, ich glaube, dass es tatsächlich etwas ist, was wir anwenden können, auch in anderen Zusammenhängen. Es wird sehr viel davon gesprochen, dass der Heilige Geist Gaben der Rede gibt. Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Worte der Auferbauung, der Stärkung. Es ist der Heilige Geist, der uns das gibt, was wir sagen sollen. Macht ihr keine Sorgen, macht ihr keinen Plan. Wenn es darum geht, das Evangelium zu erklären, das Evangelium zu verteidigen, dein Glauben zu erklären, mach dir keine Sorgen. Setz dich zu Füßen deines Meisters, lerne von ihm, damit dein Herz wächst, dein Glaube wächst, aber nicht, damit du ein gutes Konzept hast, um es den anderen präsentieren zu können. Du sollst im Glauben wachsen durch die Lehre Gottes, aber mach dir keine Sorgen darüber, ob du das auch gut dann präsentieren kannst. Das ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Ich werde dich unterweisen, sagt Gott. Du fühlst dich unfähig? Das soll nicht deine Ausrede sein. Geh hin, rede. Also diese Ausrede lässt Gott nicht gelten, wenn du die vorbringst, wenn du sagst, ich kann nicht reden, ich kann nicht das erklären, ich kann nicht das Evangelium weitergeben, weil ich kann das nicht erklären und wenn die dann alle so schwere Fragen haben, da kann ich nichts drauf antworten. Gott sagt, die Ausrede lasse ich nicht gelten. Ich werde mit dir sein und ich werde dir die Worte geben, die notwendig sind. Und wenn du dich dabei hilflos und schwach fühlst, dann heißt das nicht, dass nicht der Herr mit dir ist. Denn der Herr kommt in der Schwachheit zum Ziel. Das heißt nicht, dass du dir was auf deine Dummheit einbilden kannst und sagen kannst, ja, ich bin ja cool drauf, dass ich so schlecht bin im Reden. Nein, aber ich kann mich freuen darüber, dass Gott schwache Gefäße nimmt und gebrauchen kann. Es hängt nicht von mir ab, es hängt alles von Gott ab. Also versuch dich nicht rauszureden, weil dir die Demütigung unangenehm ist, dazustehen als jemand, der rumstottert und das ist es. Wir schämen uns. Wir wollen nicht blöd dastehen. Wir wollen nicht komisch angeguckt werden. Deswegen lassen wir es lieber, verkriechen uns. Aber Gott sagt, geh hin. Er aber erwiderte und das ist jetzt sein fünfter Einwand, sein fünfter und letzter Einwand. Ach Herr, schön, das ist jetzt schon das zweite Mal, beim vierten Mal sagt er schon, ach Herr, er merkt, er kommt nicht raus aus der ganzen Sache, es ist wirklich eine Last für ihn, er will irgendwie raus aus dieser Nummer, er merkt, er kommt da jetzt echt langsam wird es echt eng. Gott hat immer eine gute Antwort parat auf alle Einwände, die er so vorbringt, so ein Mist. Ihm fällt echt auch nichts mehr Gutes ein und so sagt er, ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Was sagt Mose da? Ja, natürlich sagt Mose sagt mehr oder weniger, sende nicht mich, sende einen anderen, aber denn eigentlich hat Gott doch die ganze Zeit vor ihn zu senden, er will doch Mose senden. Mose wagt es nicht so direkt zu sagen, aber indirekt sagt er das. Sende jemand anders, nicht mich. Da entbrannte der Zorn des Herrn, langsam zum Zorn, heißt nicht niemals zornig. Es gibt einen Moment, wo Gott zornig wird, wo seine Geduld zu Ende ist. Die ist lang seine Geduld, er ist langsam zum Zorn. Aber wir sollten Gott nicht zum Zorn reizen, denn sein Zorn entbrennt hier. Der Zorn des Herrn entbrannte und das ist hier das erste Mal, dass das gesagt wird, dass Gottes Zorn entbrannte. Er war zornig mit seinem Diener Mose, den er erwählt hatte, um sein Volk zu retten und er ist so widerspenstig in seinem Selbstzweifeln, in seinen Zweifeln, in seinem Misstrauen Gott gegenüber. Er möchte gerne sein Werkzeug in die Hand nehmen, seinen Hammer, um endlich drauf zu hauen. Aber der Hammer sagt, nein, 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 nimm lieber die Pfeile, nimm lieber die Pfeile. Ich brauche den Hammer, Junge, ich brauche dich, ich möchte dich nehmen. Nimm doch die Kneifzange. Ich will aber den Hammer. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose und er sprach, ist nicht dein Bruder Aaron da, der Levit? Ich weiß, dass er reden kann. Und siehe, er geht auch schon aus dir entgegen und wenn er dich sieht, wird er sich freuen in seinem Herzen. Dann sollst du zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen und ich will mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und will euch unterweisen, was ihr tun sollt. Er aber soll für dich zum Volk reden und es wird geschehen, er wird für dich zum Mund sein und du wirst für ihn zum Gott sein und diesen Stab sollst du in deine Hand nehmen damit sollst du die Zeichen tun. Also das bedeutet hier in Vers 16 natürlich nicht, dass Mose Aarons Gott ist, sondern es bedeutet einfach das Verhältnis. Gott spricht zum Propheten, der Prophet spricht die Worte weiter. Er fügt nichts hinzu, er lässt auch nichts weg. Er ist einfach ein Botschafter, er überbringt die Botschaft, interpretiert das nicht, er legt das nicht aus, sondern er ist ein Sprachrohr Gottes. So soll Aaron auch nur ein Sprachrohr für Mose sein. Er soll nicht selber als seine eigenen Deutungen hinzufügen, er soll einfach das weitergeben, was er von Mose hört. Aber wichtig ist, ich Gott, ich lege meine Worte in deinen Mund und die sollst du dann weitergeben und die wird Aaron dann weitergeben. Er ist sozusagen so eine Art Megafon. Weil Mose so ein kleines Stimmchen nur hat, soll Aaron das dann übernehmen. Gott ist so gnädig, selbst in seinem Zorn gibt er diesen Zweifel, dieser Angst von Mose nach und gibt noch mal eine weitere Möglichkeit, dass Mose, obwohl er so ängstlich ist und diesen Dienst auf keinen Fall übernimmt, dass er doch eine Chance bekommt, in seiner ganzen Schwachheit dennoch diesen Dienst anzutreten, weil Gott ihn will. Und dann soll er den Stab nehmen und die Zeichen tun. Wir wollen jetzt auch ein Zeichen tun. Dieses Zeichen hat Gott uns gegeben, das ist das Abendmahl. Es ist auch ein Zeichen. Es ist ein Zeichen von Jesus Erstem Kommen, von seinem Leiden und von seinem Wiederkommen. Um unserer Sünde willen ist er gekommen, hat er sein Leben hingegeben, hat sein Leib zerbrechen lassen, sein Blut vergossen, damit wir gereinigt sind und wir nehmen das und essen das und sagen, Jesus sagt, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Wie kann es sein? Wie kann es der Leib des Herrn sein? Wie kann es das Blut Jesus sein? Ich weiß es nicht. Aber wenn wir es im Glauben nehmen, wenn wir daran glauben, dass Gott uns stärkt durch dieses Mal, dann ist es ein Zeichen für uns, was uns erinnert, daran, was Jesus getan hat und dass er das tun wird, was er verheißen hat, nämlich, dass er wiederkommen wird für seine Gemeinde. Und wir sollen das tun, so lange, bis er wiederkommt, zu seinem Gedächtnis. Das ist unser Gedächtniszeichen, was wir tun sollen. So wollen wir das mal jetzt nehmen und zwar machen wir das so, ich werde rumgehen und das verteilen, bleibt also schön an eurem Platz sitzen und die ihr zu Hause dabei seid, ihr könnt euch derweil auch Traubensaft, Wein und Brot nehmen und dann nehmen wir das mal dann zusammen, wenn alle es haben.